Wir haben den Trade jetzt einprogrammiert, DAX Long, ich wiederhole nochmal kurz den Einstieg, liegt bei 27,6, Stopp kommt auf die 20,8 und TP auf die 41,6. Sollten wir auch gleich schon drin sein. Denken Sie daran, da muss ein Punkt unter die Kauflinie gehen, weil wir ein Spread von 1 haben. Immer noch nicht drin, wahrscheinlich 0,2 oder sowas vorher, oder fehlte noch. Ich hätte aber doch gerne mal runter gehen können, aber na gut. Kann ja noch kommen, mal schauen. Kurz zum Setup hier. Wir haben ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 2,06, also etwas mehr als unser Minimum-CRV von 2,0, was wir brauchen, dass wir überhaupt im Trade eingehen. Dann können Sie ausrechnen, 14 Punkte Chance, 6,8 Punkte Risiko. Jetzt sind wir auch gerade drin. Ausführung ist bei 27,3. Wir hatten unser Limit liegen gehabt auf 27,6. Also da schon mal 0,3, eine positive Slippage bekommen. Das ist schon ganz gut. So, und jetzt Lauf bitte. Auf der rechten Seite sehen Sie auch noch die offenen Orders. Stop Limit, also SL und TP. Sie sehen auch noch einen Euro-Dollar-Trade, den hatten wir ja eben einprogrammiert. Aber da ist der Euro-Dollar-Kurs noch nicht in der Nähe vom Limit. Dann können wir, oder dann bleiben wir erstmal hier beim DAX. Das ist ja auch hier im Chat von der Rückmeldung von den Teilnehmern, alle im Markt. Das ist gut. Jetzt muss er nur noch laufen. Na, jetzt sind wir wahrscheinlich gleich raus. Am Stop dran. Na, das war knapp. Ich schaue mal eben. 0,2 war am Stop dran. Zwei Zaubersteigen. Na komm, das wär's doch heute. Der Stellnummer, ganz wichtig, was wir auch immer wieder angesprochen haben. Sie müssen ganz exakt arbeiten. Nutzen Sie dafür auch unsere Tools, die wir haben, die Ihnen die Einstiege auf die Nachkommastelle genau ausrechnen. Na, es ist wichtig, Sie sehen es hier, dass die Nachkommastelle dann auch auf der 0,8 ist und nicht, dass Sie da 0,2 drüber liegen. Und auf der anderen Seite, auch hier sehen wir es wieder, wie auch letzte Woche hatten wir auch ein, zwei Beispiele gehabt, dass der Kurs ganz knapp am Stop dran war, jetzt in dem Fall sogar nur 0,2 Punkte und drehen kann, dreht und jetzt sind wir auch gleich sogar wieder auf Einstand. Also da muss man, oder jetzt wissen Sie, warum wir auch mit diesem Broker handeln und das schon seit vielen, vielen Jahren. Jetzt sind wir nämlich gleich wieder auf Einstieg, obwohl jetzt sieht es wieder nicht so gut aus. Aber Sie wissen auch, einen Kursvorhersagen können wir nicht. Setup steht. Wir legen noch den Alarm rein, auf den Stop und auf den TP. Und dann werden wir uns heute Abend im Webinar anschauen, wie der Trade ausgegangen ist. Ich habe Ihnen das Bild schon eingeblendet, das war unser Trade, den wir heute Morgen eingegeben haben. Sie sehen auch noch unseren Einstieg, dann ist er knapp runter vor den Stop, um 0,2 Punkte hat er den verfehlt. Mit drei Kerzen hoch, über das Limit drüber. Und zwar nicht nur leicht, sondern ist 3,7 Punkte über das Limit drüber. Und wir sind zu 45,3 ausgeführt worden, obwohl unser Limit bei 41,6 lag. Und das auch wieder heute Morgen angesprochen, sehr, sehr wichtig, dass Sie einen Broker haben, der Ihnen auch die positive Slippage weitergibt. Und damit Sie das einfach mal sehen können, wir haben jetzt ein CAV realisiert von 2,77. Einfach weil wir also anstatt 14 Punkte 18 Punkte Gewinn realisiert haben. Und beim Einstieg hatten wir auch eine leichte positive Slippage. Wir hatten also dann nur noch ein Risiko von 6,5 Punkten anstatt 6,8. Also wir haben unser CAV von 2,06 auf 2,77 durch die bessere Ausführung steigern können. Und ich habe es ja nochmal hier eingeblendet, wie das im Kontoauszug aussieht. Sie können das also bei Ihnen, werden Sie das auch finden, dass Sie genau nachlesen können, wo wollten Sie rein und wo sind Sie tatsächlich dann reingekommen. In dem Fall hier mit einer positive Slippage. Das ist das untere Bild da oben. Und da sieht man, wir haben dann 522 Euro realisiert und geplant war mit dem Trade 406. Das sind also über 100 Euro in meinem Fall jetzt, die ich besser ausgeführt wurde und die ich vom Broker sozusagen geschenkt bekommen habe.